Hallo Leute, ich begrüße euch auf unserem Musikportal. Hier findet ihr alle Kompositionen von Thomas Gärtner. Sie sind in Playlists geordnet. Für Freunde der klassischen Musik, die sich ein zeitgemäßes Klangbild wünschen, hat Tommy ein rockiges Sounddesign kreiert. Kafka-Geschichten bekommen passende Tracks unterlegt. Und schließlich das Highlight, die Rockoper Tiefland aus dem Jahr 1903 in einer völlig neuen Adaption. Das ist aber längst nicht alles. Schaut doch einfach mal rein. Ganz unten auf der Seite findet ihr Links zu weiteren Portalen von Tommy und seinem Bruder Hajo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017